so willkommen zurück ja hab grad hier mein die beiden bosse da angefangen zu erledigen machen wir natürlich wieder mit unserem let's play weiter so frisch nach der transition, ey was ist denn hier los? ähm lol muss das so sein? ich weiß es nicht ja gut kann ja mal passieren so ähm ach so siehst die ganzen tapfen wir noch gar nicht die kommen jetzt wieder ab 35 oder sowas so gut dann legen wir erstmal los hier bam und bam und bam und ähm ja ich weiß nicht warum wir jetzt hier so weit unten sind naja unten wird es schon haben dafür gehe ich jetzt einfach mal aus ach so siehst du, wie wollt ihr eine quick extension machen? bam das haben wir nicht auch die ganzen reiten? ne noch nicht alle schade aber immer ne haben wir den reiter der uns noch nicht viel bringt aber hier haben wir oh das war dankeschön hä wo ist denn jetzt? hat sie nicht gerade nur hier den für klickschaden? ok dann machen wir hier so danke oder wechseln jetzt automatisch alle vier wenn man einkauft also hier scheint doch ein paar sachen anders gemacht worden zu sein ne? die primal poster scheint viel seltener das mit den engines scheint auch jetzt anders gemacht zu sein also da scheinen unter der haube doch ein paar erinnerungen vorstatten gegangen zu sein bei der neuen version warum sie das auch nicht in der hüttember teil kommunizieren verstehst du denn nicht? aber vielleicht so power by, ne, das können die Leute selber herausfinden wer weiß wer weiß so auf jeden fall sollte es jetzt extrem scheppern bei den primal bossen die halt kommen ne? wenn man in tropfen nur alle 100 level 1 primal boss gerade mal bekommt bringt es natürlich auch relativ wenig aber es sollte sich schon merkbar bemerkbar machen heftig bemerkbar machen hardcore bemerkbar machen ich meine wir haben jetzt 2 prozent ist noch nicht so viel aber wir haben ja erstens relativ hohen startwert der beginnt ja immer beim ersten boss weiß ich nicht mit 1000? oder waren es 100? ne doch genau es waren 1000 aber bei den 1000 war es deswegen weil hier wir bereits einen bonus hier haben das ist ja das 90 fache bei level 3 du hast du nicht schlecht du hast du echt nicht schlecht du hast du echt nicht schlecht das kann man mal machen das kann man irgendwie haben wir gerade das Gefühl nö das gerade ein bisschen gestockert hat geht es so besser? oh keine ahnung wir lassen das einfach mal so ähm danke 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 okay so okay Ja. Ach ja. Wir bräuchten überhaupt erstmal einen Upgrade, womit der Click Damage vom DPS bestimmt wird. Bevor ich hier unten hochlevel, fehlt mir grad mal so auf. So, wir gucken mal hier um die Upgrades. Ah, das war zum Beispiel 1. Genau dafür. Was heißt ab jetzt einfach ordentlich Click Damage. Sehr geil. Noch mehr Click Damage, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir sind schon wieder bei Level 45. Das ist ja auch geil. Oh fuck, habe ich nicht zu oft geklickt. Nein, nein. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. So. Was? Achso. Ah, das Ding ist jetzt auch da. Sehr schön. Cool. Das heißt, wir können mal ganz... Ja, zwei Hero Souls. Immer her damit. So. Fight. Was? Ersthaft? Ersthaft? Lisshaft? Haben wir gefehlt? Du wirst dich doch vergewaltigt. Gerade. Vor allem, wie oft kann man jetzt eigentlich pro Tag kämpfen? Kann man mehrmals kämpfen? Oder muss man jedes Mal ziehen bezahlen? Das ist natürlich eine Katastrophe. Schade. Gut, ich kann das mit meiner mobilen Version jetzt mal probieren. Ich habe mich ja jetzt eingeladen. Vor allem, dann haben wir quasi alle drei Varianten. Weil, ne? Da haben wir quasi einmal Xenor, einmal... Äh, Quatsch. Einmal Priester, einmal... Gut. Hatte ich nicht einmal Mage gehabt? Hä? Wieso habe ich denn hier... Ich hatte doch auch Magier. Wird mich jetzt gerade verarschen? Ich bin mir die 100% sicher, dass ich Magier hatte. Habe ich doch gestern noch erzählt gehabt, dass ich am liebsten Magier mag. Also, für euch war es vorige Woche oder diese Woche? Keine Ahnung. Also, paar Folgen her. Hätte mich gerade ein bisschen, äh... Sehr wundert. Was auch immer man mir, äh, mein Leben damit sagen möchte? Äh, ich weiß es nicht. Ach so, siehst du, das kann ich ja hier. BAM. Sehr geil. Okay. So, ihr wollt, man weiß auch alles? So. Äh, danke. Das ist es. Das ist es. Mortal Waits. So. Gut, Mage. Ich muss jetzt noch meine Mobil-Version ein auf Mage. Und Fight. Da fällt er doch mal. Da fällt er doch mal. Ja. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Oh. Wow. Okay. Clicker Hero hat was gegen mich. Komplett. ist nicht dein ernst alter leck mich doch guck mal das hat er angenommen jetzt wollte ich gegen die kämpfen 650 hat er noch übrig hätte ich locker geschafft aber kurz vor ende hat er dann auf einmal keine eingaben mehr akzeptiert habe ich auf den bildschirm getippt oder das was gemacht hat gibt es ein maximallimit oder so was oder mit beispielsweise nur kratz schon wieder verarschen hier also was kommt wirklich jetzt sehe ich mich hier wieder bei 6000 die leute mich gekommen danke das ist doch bekloppt hier so das ist verrückt du das ist echt verrückt ich glaube ich hätte mich gerade zu lang lang ach der hat ja auch doch auch leck mich doch äh wow gut damit wir unsere combo auch wieder am arsch äh die soll spiel ne ich glaubt gerade äh es möchte mich kollektiv verarschen na gut dann werden wir jetzt ein bisschen warten ach herrlich und jetzt ich weiß ich kann es nicht aber ich kann es nicht ich kann es nicht es ist Aber wie lange geht die Folge schon? Wo bin ich hier? Und wo ganz falsch? Darf ich schon. Du kannst weg. Immer diese Momente, wo man das Spiel einfach nur an die Wand klatschen möchte. Davon hatte ich heute schon wieder viel zu viele. So. So. Na, haben wir immerhin 300 von diesen komischen Emotional Souls. Können wir uns hier bald mal so ein Level abholen, was auch immer das bedeutet, oder wozu auch immer das ist. Bin ich echt gespannt, ob es dann auch vielleicht tatsächlich irgendwelche technischen Vorteile gibt. Bin ich ja mal gespannt. So, ja komm. Mal ein bisschen Action machen hier. Das sieht sich schon wieder alles. Das ist doch, wie wenn wir unsere gesamte Kombo verloren haben. Hilt das doch bekloppt, Alter. Ich möchte nicht mal leben, ey. Und das alles gerade mal für zwei Heroes sold. Weißt du was? Ich glaube mal... Wir bleiben sogar direkt hier bei Treebeast. Und da wird es noch für Moskid Samurai. Genau. Dann minimiere ich mal kurz die anderen hier, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So. Achso, genau. Du warst auch noch weg. Dann haben wir hier quasi unsere drei. Da setzen wir uns gleich von Anfang an auf die drei. Wir brauchen aber hier unten noch jetzt noch Upgrades. Ach, scheiße. Dankeschön. Dankeschön. Bisschen Goldfund erhöhen. So. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Oder auch nicht. Was war das für ein Lied, Alter? Das klingt ja schlimm. Gold. Yay. Auf jeden Fall werden wir hier die erste Ascension relativ kurz halten. Sobald wir ein paar hundert Heroes solds bekommen haben, werden wir direkt das hinten. Das mit der Combo war schon gleich zu viel. Danke. 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 Eigentlich müssen wir mittlerweile die oberen drei hier auf über 200 bekommen, oder? Ja, sieht sogar richtig gut aus. So. Ein Prozent, auch nur ein Prozent. Aber wahrscheinlich, weil die noch nicht über Level 1000 sind. Und jetzt ab Level 1000 anfangen, vielleicht zu bumsen hier. Schade eigentlich. Ja, aber schade. Echt zum Heulen. So. Masu, Abaddon. Auf nach Abaddon. Stimmt, ist auch ein Lied. Von einer Sängerin war das Unac? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf dem Weg nach Abaddon ist. Oder einfach nur Abaddon. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwas mit Abaddon. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, schöner Goldboost, 1, 2, 1, 2, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. So, gleich ist es aber bei Level 100. Autsch. Da komm. Ich mache eher hin. Warum haben wir schon vor Level 100 ein Relikt bekommen? So. Frequenz. Oh. 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 Oh, komm mal. Danke. So. Äh. Ah. Gleich ist es für 105. Aber kein Primal natürlich. Warum auch? Warum sollte es auch? Wäre noch schöner. Hallo? So. Jetzt haben wir 510. Ist das denn vor allem? Garantiert auch nicht. Warum sollte es auch? Warte. Boah, Alter. Direkt von Anfang an. Hä, jetzt auch direkt 215? Warum das denn? Ich dachte nur die Final-Dings der Munster werden erhöht. Final-Ding-Souls? Okay. Kriegt er gar nicht mal so schlecht. Dankeschön. Ja komm, wie gesagt, die erste Session lasse ich hier eh nicht so lang werden. Von daher würde ich fast sagen... Nee. Ach komm, hier. Bam, 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 bam. Mach einfach, als du bist. Okay. Yes, okay. So. Dann mach du doch mal. Ähm. Hier geht es hier aus. Ja. 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 Sehr schön. Danke schön. Danke schön. Sobald wir dann anfangen, irgendwie langsamer zu werden, hören wir dann mit der Ascension auf. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal vorhin Pause. Whatever. Ähm. Ja. Bis zur nächsten Folge dann. Ja. 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 Ja.